Ich bin kein Schweizer. Ich bin kein Schweizer. Ich bin kein Schweizer. Hast du ein Nümli dabei? Ich sag dir... Hast du ein Nümli dabei? Ich sag nicht so wie es ist, das macht euch zum ersten Mal. Scheiße. Ich hab irgendwas vergessen. Eins, zwei... Komm, abhaut. Ach, das Ding muss hier noch sein. Ja, ich krieg's nicht mehr auseinander. Bombe. Macht nix, wir haben vier davon. Scheiß doch die Wände. Boah. Ich hab grad einen Schrank zusammen gebaut und eine Schrankwand. Jetzt krieg ich's nicht mehr auf. Der kriegt weh. Boah. Boah. Ey, Jungs, wir haben ganz nahe Schrank als Bier. Das wäre ja als Engels, ne? Das ist ruhig. Bessere. Das, was das hier ist, das ist nur so ein Ding zum Sachen anhängen. Boah. Okay. Ich hab voll die Scheißschränke. Ich hab ewigstes Problem. Warum? Ich hab den Kasten zusammen gemacht wie Schrankmann sich reingemacht. Ich checke hier schon wieder nix. Ich bin seit zwei Minuten dabei. Ich bin schon wieder voll nicht geworfen. Weil das muss eigentlich rein. Das hab ich vergessen. Ja, das ist auch wir. Guck, 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 guck. Das sind alles drei Teile wahrscheinlich. Also eins immer drei. Das sind vier. Aber es wäre ja dann nicht ich. Wenn ich das nicht trotzdem belöst bekomme, wäre das Problem. Weil ich bin gerückt. Nee, hä? Hä? Das passt ja gar nicht. Bruder, was ist denn hier? Wie hast du damit eigentlich angewandt? Mach mal sorry in deinem Kurs. Ist das hier so weit? Nein, mach mal eine Ruhe. Nein, Bruder. Scheiße. Hey, in der Anleitung steht, dass man das alles zusammenbaut. Und dann reinschiebt. Ja, weil das was anderes ist. Na? Ich hab doch keine falsche Anleitung. Wo ist denn aus dem Ding? Ah, ich checke jetzt. Wo ist denn schon der sonst? Ich hab's. Du musst da ja von woanders reinschieben. Boah. Da wird... Muss man auch reinschieben. Ja, ja, ich checke es dann. Okay. 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 I told you a change. Ja, also Ikea... Ich sag euch... Der Ikea... Der Ikea mit Anleitung aufbaut... Das ist der halt irgendwas falsch genommen. Hier, aber es ist grundsätzlich unabhängig von oben aufgebaut. Erstmal draufhauen. Erstmal. Und dann hab ich verstanden. Ich bin schon warm, Alter. Dann kommt der Blee. Ich krieg die nicht weiter runter. Das muss noch ein Stück runter. Dick? Ja. Aber lass mal hier die andere WG, die wir gerade kennengelernt haben. Es geht ja... Nö. Es geht zwar nur noch mal nö. Das ist geht klar. Es geht ja. Es geht,ningar... Es geht,ningar. Das ist ja... Was haben wir gebaut? Was haben wir gebaut? Alter, ich drücke hier. Ich kann nicht drücken. All performance. We did it. Ich kann nicht. So, jetzt muss ich das hier rein schieben, ne? Halt bei beiden? Warum hab ich's im Kautschrank? Ich stell mich da jetzt drauf. Alle Wege hin zur Gewalt. Gewalt ist der Weg. Ich glaube, ich leg hier mal was runter. Ich bin der Beste. Alles klar. Uns geht's. Nichts. Und wir sagen tschau. Oh Gott, Joden. Hey, ich weiß gar nicht was du meinst. Jetzt können wir klassisch erstmal überspielen. Vielleicht finden wir auch was zum Erpressen hier. Für einen kurzen Storyteil. Spaß. Gibt's da nicht noch einen von? Ne, das fehlt. Ne, da ist noch einer. Ja, das war der andere noch. Hast du jetzt eigentlich mal hinbekommen? Mach ihn nicht. Kriegst du nicht besser. Erst. Den hier? Ja. Den gleich. Ich krieg den nicht weiter runter gedrückt. Merkste? Merkste, ne? Zu Ziegenburg. Digger, wenn das 2 Muskelprotz wird. Wer soll denn das hinbekommen? Irgendwie fällt das. Was? Hatte ich Ihnen nichts besseres verdient. Ja. Soll ich das kurz ausmachen? Oder wie sag ich's? Ja, oder? Ich... Vielleicht 2 Muskeln? Von den beiden an? Ja, was ist denn? Wohin ich den Dinger dran gelegt? Habe ich nicht auch noch irgendwas zu merken? Das hier sind... Das ist die Schublade. Das ist die Schublade. Und das ist das Vorabteil der Schublade. Und das hier auch noch mal. Ganz gut, Leute. Sorry, wenn ich offline schaue. Ich brauche jetzt einen Stang, der nicht in mein Zimmer kommt. Ich verstehe auch noch mal wie. Sag etwas in Englisch. Hallo. Hallo. Okay. Du hast einschraubst du davon, ne? Ja, komm. Da kann man ja drauf machen. Und was? Ach... Den... Die kommen dann da rein. Okay. Okay. Das müssen trotzdem weiter nach unten von hier. Wie bitte? Die müssen trotzdem weiter nach unten zum Einrasten. Ja, die müssen weiter nach unten. Aber jetzt können wir ja mit irgendwas draufhämmern. Guck mal. Guck mal. Ich bin hier schon wieder voll gut, voll gucken. Und mal hier ein bisschen mehr Action. Ich wollte eigentlich ins Fitnessstudio heute. Ich hatte sogar schon meine Tasche gepackt. So motiviert war ich. Und meine Kopfhörer angesteckt zum Laden. Und jetzt fange ich an die Tierschränke aufzubauen. Das ist auch ein Workout. Zählt auch. Ja gut, wenn der Frühtime-Sportler Nils sagt. Eben. Und ich leb im Gym. Ja. Fähig rum. Ja. Fähig rum. Ja. Wenn das erstmal aufgebaut ist. Also mein Zimmer ist eigentlich fast finished. Mein Zimmer ist finished. Das ist schon wieder was an. Ne. Doch. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ich habe schon wieder irgendwas anderes gesagt. Ich dachte, ich kann einen Abgediegen weiter bauen. Ich habe wieder irgendwas Neues rausgezogen. Was wünsche dir? Was ist das? Was ich? Ich mag Wiping sehr. Aber jetzt habe ich die Outerbange. Und Hunter x Hunter. Hunter. Ja. Das wird es. Und der Punisher. Wow, das hier ist gar nicht so ein Ding. Guck mal, könnt ihr es mal. Das ist so ein Ding. So ein Ding ist es nämlich. Deins? Hä, ist das Ding hier? Hä? Ehrenbruder Moritz. So. Hallo Leute. Ich liebe euch auch. Danke fürs Zuschauen. Meine Smiley-Kette ist. Ich habe es bei... Bei Jake Lunden bestellt. Ich glaube 70 mehr, aber ich habe die schon mega... Hä? Ich bin los. Letzter. Nein. Okay, let's go. Nein. Nein. Ich meine es. Mama, ich meine es. Ey, f*** doch. Nein. Okay, let's go. Nein. Ich habe es verkackt. Ich weiß übrigens auch, warum das andere Teil nicht geht. Ich glaube, ich habe es falsch damit angesetzt. Okay, ich glaube, ich kriege es gerettet. Es sind einfach nur die Seiten. Es hält sich nur ein Eindruck. Aber es sind hier neue Systeme bei Ikea. Ja, das ist ganz verrückt. Das ist eine richtig wilde Nummer. Ich habe richtig gethrowt gerade übrigens. Warum? Nicht verkackt. Wir haben schon wieder das gleiche zu bringen wie eben. Wo ist, wo ist, wo ist gelettet? Wo ist hier der Homie? Ich glaube, ich habe die Idee, wie ich einen anderen Schrank gerettet bekomme. Ich habe gerade meinen Schrank auch nicht gerettet. Ich weiß nicht. Wo sind hier die Beine von dem Tisch? Wo sind die Beine von dem Tisch? Wo ist Lettet? Haben wir irgendwas, wo Lettet draufsteht? Wo ist Lettet? Ich habe mich nicht. Lettet. Lettet. Also, ich wollte jetzt meinen Schrank aufbauen, Nils. Guck mal. Das ist klassischer Lightspeed. Es geht nicht. Wo ist Lettet? Haben wir keinen Lettet? Da halte ich fest. Wo ist Lettet? Wo ist Lettet? Wo ist Lettet? Lettet. Lassen wir das. Lassen wir das. Wir hätten uns ja dahin. Den Problemfall. So. Nils sucht Lettet. Ach, Mann, Alter. Wo ist Lettet? Lettet. Bro, let it go, okay? Ich würde gerne einfach keinen Lettet. Was ist Lettet? Lettet sind die Beine. Jenny muss mich sagen. Das geht nicht. Ich bin am Arbeiten. Das war ein bisschen von jeden Fall. Jenny hat mir immer erzählt, dass wir jetzt immer noch mal machen. Das sind nur die Abschlusshalte für die Wand. Jetzt bin ich hier wirklich überrascht. Es sind noch so viele Schritte. Die muss man zusammen machen. Alter! Hä? Jungs ist das hier. Jungs, guck mal hier. Den krieg ich. Den krieg ich noch. Das ist sowas, Jungs. Es gibt verschiedene Arten. Oh, ich hab gar keinen Bock. Man kann sie auch einfach einzeln lassen. Aber was ich nicht checke... Das ist der Abschlusshalte für die Wand. Ich verstehe alles. Ich hab immer keinen Bock. Guck mal. Boah. Guck mal. Ja, Bruder, die hab ich schon seit 10 Jahren auf. Nee. Ich kann das hier nicht verbauen, wenn ich dieses Ding... Wenn das Ding nicht einrastet, muss ich eben die Plätze probieren. Ja, die wird uns einfach kurz die Wohnung oben angehen. Ja, stimmt schon. Jetzt baue ich hier gerade alles auf. Billetten ist einfach irgendwo. Nein, aber... Also ist euch egal. Es ist, wie es ist. Go of the flow, sag ich dir mal. Nur weil du mir abends schreiben musst, mach mal Reise auf TikTok. Geiler Arsch. Boah. Boah. Das geht für uns stream richtig. Die View hat seine Expekte. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Das heißt, ich würde sagen, wir müssen bei dem Step hier das immer stoppen machen und das mit die anderen machen. Ja. 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 So, willst du es jetzt noch mal wieder mit dem alten Rasten? Nee, ich bin der Beste. Nee, mach mal. Ich bin der Beste. Nee, mach mal. Wir bauen Schränke auf. Ja, ich bin der Beste. Ähm, warte. Hast du es mal andersrum probiert? Nee, dann muss so, ne? Ist schon richtig. Ist? Ja, weil ich der Beste bin. Komm dir an. Hä? Der Beste. Irgendwas hat einfach... Irgendwas hat einfach Bock gehabt um uns. Warum uns? So. Hat dich einfach nicht gefühlt. Nee, jetzt einfach. Einfach mal mal rein. Hä, aber wo ist denn jetzt das Teil von Edeln? Und du hast ihn weggenommen, ne? Was? Das, was hier reingeschoben wird. Das hab ich hier nicht weggenommen. Und wo steht es denn? Ja, weiß ich nicht. Das hätt ich dann Phil wieder. Ja, das... Der hat das... Der hat das in den Gehen. Ja, das stimmt. Also, Phil ist Pole. Jetzt werden nochmal Socken gekauft. Macht Spaß. Hä, wo ist denn das hin? Hä, wo ist denn das hin? Mach mal kurz Augen auf. Ja, warte mal. Okay. Ich brauch dieses Teil, das tut rein. Das hast du doch da. Nein, das ist ein Einzelne. Das ist von das Anderen. Das ist nicht das Ding. Du bist zu klein dafür. Oder? Oh. Der hat wohl der Dummheit schon. Freizeit. Das Ding hat nur ein Haarespruch. Typisch. Ey, sorry, dass ich die ganze Hintern hier in die Kamera halt habe. Aber seid ehrlich. Aber seid ehrlich. Ja, das ist ein Fenstchen. Okay, das hier sieht mir mehr nach einer Challenge aus. Und das brauche ich. Klatzer. Klatzer. Jetzt. Für die Gestaltung. Dann geht's. So. Mitgegeist. Anzufangen ist immer das Schwierigste. Ich sag dir wie es ist. Hä, sind es zwei verschiedene? Eins. Und das, dann das. Sieht mich gar nicht, ne? Könnt ihr nicht mal was sagen? Okay. Check ich mich. Ich will jetzt mit der Linie. Erdbruder Stange. Erdbruder Stange musst du. Oder? Wo ist der Unterschied? Wir müssen es mal irgendwie so ein bisschen, dass man uns beide sieht. Ich glaube, das ist lustiger. Ja, das ist halt ein Wohnzimmer hier, ne? Ja. Hört. Ich glaube, ich mag einfach so. Systeme drinnen. Jetzt müssen wir hier kurz noch durchreißen. Nein. Ich wollte den jetzt hier bereiten. Ey, da ist auch nicht mehr. Dinger, ich hab keinen Kurs, das ist ein Spiegel. Komm, wer dumm. Hier. 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 Theophil, okay. Theophil, okay. Theophil, okay. Theophil ist Junior Westelmeier. So. Ok. Eigentlich free, oder? Was? Hier. Passt du. Wie er ist. Ey, was soll ich bei dem auch die Dings dran machen? Ich weiß nicht, das ist eine Abstandshaltung für die Wand. Kommen die vorne rein? Ne, haben wir die gleich an der gleichen Stelle drin? Ja. 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 Ja, ich baue die Gesuche. Das ist ein Inbus. Ich finde es auch geil. Das ist mega uncool. Aber der Rest ist einfach nur, um es in die Wand zu bohren. Ja, selbstlos. Geistesbild. Was machen wir Ihnen hier? Ich bin auch fertig mit dem Dreh. Wir machen jetzt den Dreh hier. Der hier? Ja. Aber ich habe noch einen anderen Dreh, den ich ausmacht habe. Die machen wir aber gleich, weil die sind viel einfacher. Ne, es ist noch ein anderer. Hib mal, ich stelle mir die Drehs aufeinander. Meist sehe ich schon beide in meinem Zimmer. Seh ich nicht. Die sind so klein aus. Ja, die wollen so. Welchen Otto bauen wir jetzt? Jetzt bauen wir Platzer. Geophil ist schon der beste Mann. Ihn hier. Guck, der. Stark. Wir bauen jetzt hier ein wildes Produkt. Athein. Das steht schon richtig. Das muss dann hier da drauf. Aber wir müssen das mit dem Inguss dann aus verschrauben. Also von der Seite. Ja, ja. Check. Dann holen wir mal Inguss. Ich habe den noch nicht gefunden. Der ist hier. Nein, nein, nein. Wir brauchen die Schrauben. Achso. Die sind da. Die sind hier. Die da, oder? Nein, das ist nicht von dem ersten. Ich mach unsere Follower ein bisschen hoch. Okay. Das ist... Diese. Ich brauche nur noch ein bisschen die Schrauben. Na ja. Okay. Also noch was die. Okay. Wir müssen jetzt von außen... Hast du die richtige? Ja, ne? Gibt es die in verschiedenen Becken? Nein. Jetzt einfach erstmal durchstecken. Warte, 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 warte. Ja, das muss ich noch außen. Warte, 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 warte. Nee, alles gut. Ja, das muss ich noch außen. Kannst du mir auch mal deinen Arsch bei dir zeigen? Oder... Findest du das Lied noch? Ja, was ist denn? Als ob ich getanzt, sondern tanzt ab Flussball. Richtig wild immer mal. Ja, sagst du? Hast du euch den offiziellen Inbus genommen? Ja, ne? Aha. Dann bleibt der auch. Boah, aber das ist Dörder. Die ganzen Zuschauer sind hochgegangen. Ich sag dir warum. Echt? Wegen Ass-Performance hier. Ah, und es ist dann Ass. Tschüss. Aber da müsste doch nochmal ein Viereck sein, oder? Wie meinst du? Ja, das ist da hinten. Wo? Da, in der... Das klingt. Ich krieg keine Krise. Es ist so wenig Platz. Oder einfach... Oder einfach rumzuholen, okay? Aber guck mal. Du kannst den eben. Der ist viel leichter. Ne, der ist ja noch länger. Guck mal, das ist das Problem. Ich hatte ja keinen Platz zum Dingsen, weißt du? Aber es wäre ja auch schwer, das andere Stück zu 10 cm nach hinten zu ziehen. Geht ja nicht, das ist die Couch. Ne. In die Richtung, mein Ding. Ach so, dann bin ich halt die Richtung. Gut, dass bei dir drüben auch viel mehr Platz ist, wenn wir das hier auch bauen. Ja. Also Leute, ich habe gerade geschaut, ich bin ja nicht so entertaining gerade mehr. Wir sind ultra entertaining. Sind wir entertaining? Nein, entertaining ist hier. Dann können wir mal auch ein bisschen sechsisch reden, oder? Ein bisschen nötig. Weiß ich nicht. 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 Ich hab mal mit der alten Snapchat-Videos bei mir angeschaut. Ich hab so schlimm gesprochen. Mach. Okay, ich entertaine hier ganz kurz die Trads. Listen to some music. We would, but we don't have a phone. Listen to some music on, so we can't be there right now. Um, context. What do you mean? So, we just like... Ich kann aber mein Laptop-Musik anmachen. Guter Chor. Soll ich mal? Pivot. Ne. Kein Bock. Ich weiß. Und zu. Okay, Phil. Love you. Thank you. Love you too. Um, what are you doing? Just... Put some here furniture. Kind of building it right now. So... Phil is... In his room probably. Or really in the room, I guess. Braucht der auch auf, oder? Stimmt nicht. Bei... Oh... Schön. So... Sind wir uns sicher, dass wir das so halt mitmachen sollen? Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich schon nicht mehr so wieder? Nein, hätten wir nicht. Ich wusste es. Aber es müsste ja richtig so gehen. Wir könnten die da reindrücken. Mit bisschen Pfeilgefühl. Doch. Nein. Doch. Okay, wo müssen die da hin? Hä? Wo stehe ich jetzt gar nicht? Wir müssen irgendwie an die Seite. Ah, hier unten. Da unten, da unten. So. Mit der Außenseite nach hinten, oder? Quite easy. Mit der Außenseite nach außen. I guess. Ich glaube eher nach innen. Ja, nach innen. Ich weiß nicht, das ist ja das Problem nicht. Ich sehe auch gar nicht, was das Problem ist. Das habe ich hier anrufen und sagen, geben die Anleitungen falsch aufgebaut. Ich brauche die kleine. Die hier brauche ich. Nee, oder? Nee, ist die nicht. Und die hier. Die bräst du. Die ganz klein. Ey, das ist doch gar nicht klein, Bau. Voll groß. Oder? Du kannst nicht mehr sehen. Scheiße. Nur 4 davon. Ja, ich brauche auch 4. Achso. Ja. Jetzt brauchen wir einen Kreuzschlitz. Ist das ein Kreuzschlitz? Nein. Das ist kein Kreuzschlitz. Das sah so kreuzig aus. Also ich habe meine... Aber ich sehe hier ein gewisses Konflikt und wir müssen den umdrehen. Nein. Nein. Wie willst du schrauben sonst? Nein, den müssen umdrehen. Eben. Das ist ruhig. Hast du mal eine Macke reingemacht in den Schrank? Nee, der ist gar nicht dran gewesen. Ja, der ist gar nicht so kreuzig. Ich wollte erst mal... Die 1,5 übrigens. Das geht nach innen, ne? Ja, ich will euch schrauben. Du hälst. Ja, mir nehmen wir die. Nach innen, Bruder. Du musst drehen. Was ist das denn? Nach innen. Nach innen ist ab. Ja. Er ist auch einfach ab 40 geworden. Was heißt denn, wenn eine drin ist, haben wir gewonnen? Nur sexual, ne? Wie wäre das sexual auszunehmen? Immer so, in einem drin. Ich habe dir hier eine verpärt eigentlich, guck mal. Siehst du nicht so, sagst du? Nein. Jetzt mach mal den Rücken. Mach mal den weg. Mach mal deine Hände weg. Ich kann ja so nicht arbeiten. Das würde ich sagen, eine Leiste, oder? Eine Pro Seite. Komm, komm, es ist zu spät jetzt. Mach mal nicht so fest, Bruder. Meinst du nicht. Darfst du noch nicht so festziehen? Kannst du nicht so festziehen? Ja, hast du nicht. Oh, leck mich hin. Das hat er nicht gesagt. So, meine Freunde. Wo diese Carlos? Diese Carlos ist nicht da. Diese Carlos ist bei seiner Fan. Ja, du musst gucken, wie weit wir eigentlich schon sind. Ja, wir haben halt irgendwie den dritten Step vor dem zweiten gemacht. Ne, also den 37. glaube ich. Aber ist okay. Okay. Ach, das müssen wir essen. Bestellte ich. Das ist ja gut. Aber wenn du das gerne bestellst. Eine ganz schlechte Quote. Wirst du halt nicht schrauben oder andersrum? Nein. Das wäre eigentlich bei den Platten und den Schraubenzieher. Ja, aber dann schrauben auch. Ja, dann gib mir das doch dann halt fest. Mein schraubاس, das W crochet zuけ. Das ist ja auch eine hele riceisse Gedäne den handeln. Kannst du? Ja. Ja. Okay, das geht los. Fuck. It's good, guys. No, I didn't do the livestream for you guys, but we kind of just went live while we took the chance for, like, doing this. It's not that entertaining at the moment. I know it's not that entertaining, but we're trying, so, love love. Okay. Okay. So, we're here. Okay. 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 Das sind die, ich habe nie von mir nach, es sind erst die. Ja, okay. Dann nehmen wir mal drei. Oh, nice. Some booty work, ha. Hör zu. Hey nein, die passen nicht rein überhaupt. Die passen nicht rein. Das kann gar nicht gehen. Hey, dann rauch die nicht. Wo sind die weißen? Ah, das ist ein Safe-Din hier, oder? Da war noch so ein Bag. Der hier. Acker, die Bag. Halt immer Austart. Ich save die Dinger. Und mal so. Und dann kommen die so Metalldinger durch. Smart. Das hat zum Einzel-Q-Wort. Und auch Lörter ein. Und jetzt kommen die Nippels da rein. Das ist gar nicht so einfach. Ja, doch. Digital. Stimmt. Kann man doch drücken. So. Und der Rest ist alles nur für den zweiten Schrank. Ja. Ja, aber ist hier noch ein Zeitschrank. Ja, nein. Ja, den Ball ist hier gerade auch. Aber jetzt ist einer kleiner. Ich hab keine Ahnung. Philly Boy. Was ist das denn hier alles? Was passen die da mal rein? Gucken wir mal. Aber wo sitzt die anschrauben? Gar nicht. Nee, ich weiß noch nicht. Ich würd sagen, wir gucken mal was das hier ist. Ah, nein. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub das ist in einem der Schubladen. Da hab ich eigentlich mal die reingekommen. Was ist das? Das ist die Seite von der Schubladen. Ich glaub die sind für die kleinen Schränke. Für die. Ah, tschuldigung. Tübel. Ja. Das ist so mit so Rollensystemen. Das ist so sehr Krise aufzubauen. Schade, oder? Aber bringt ja alles nicht. Das muss ja ja gemacht werden. Sollten wir jetzt nochmal rüber, würde ich sagen. Pforte. Tschüss. Was ist denn so groß? Schau mal. Ja, weil das halt draufstehen muss auf so ein Ding an. Aber du meinst auf so einen und so ein Ding? Ja. Zwei. Aber ein. Irgendwas muss auch für mich sein. Weil es ist alles für euch. Nee, es gibt ja die zwei großen. Ich glaub die jeweils eine gehört zu einem so ein. Schrank. Und dann gibt es halt noch die zwei Kanten. Die tähigst du wahrscheinlich, ne? Vermutlich. Weil guck mal, ich will zeigen. Das ist so ein so ein Ding. Ich glaub das ist ja nicht so ein Ding. Und dann schaut man ja in den Bauch. Haben die denn stehen noch welche in der links? Oder hast du welche in der links? Das ist ja diese... Ich glaub das ist ja nicht so... Ich glaub das ist ja nicht so... Ein so Ding hat drei Schublauen. Weißt du? Und das kommt dann drunter? Das andere hat sich zwei zum öffnen. Ja das kommt dann auf dem. Ja. Das zum öffnen... Das hab ich. Ja. Bombastisch. Was macht Sinn, weil ich dann gleich rausfrag. Und hier ist so gut ich das auf dem linken. Warte ich jetzt mal ganz kurz drüber tragen. Mal mit einer schauen. Trotz nicht so viel, ne? Doch. Guck mal, wenn du die Schubladen reinlässt. Wenn es drei Schubladen sind drin. Dann kannst du all deine T-Shirts reißen. Ich glaub ich nicht. Wenn bei mir sind noch welche. Aber ich glaube nicht. Hier sind drei Schubladen. Von der Größe passt das auch nicht. Aber ich glaub das ist schon so. Ja. Du musst hier durchstampeln. Durchstampeln. Das ist jetzt nicht mein Problem. Aber wenn ich jetzt hier отпrafe. Dach. Durchstampeln. Das ist ja. Das ist ja schon. Dach. Dach. Das ist schon mal. Dach. Dach. Soll ich dir das Oberstellen in deinem Zimmer? Das kleine Ding? Ja, das stimmt. Aber das ist schon aufgebaut? Aber dann sind die beiden klein anscheinend für mich, ne? Hat sich nicht dabei geläuft? Glaub ich auch nicht. Okay, dann nicht. Es ist halt... Ja, so macht's schon. Da würde er doch noch die Kerne in den Bauch sein, weil es halt komplett so. Aber es ist halt oben, wo du nichts hast. Ja, dann würde ich bei den Kleinen, die da finden, das tut so nicht. Du hast ja schon... Ja, du hast ja schon bei den Schrauben. Okay, das stimmt. Und die kommen jetzt in die Blästern? Ja, genau. Aber dazu musst du erst hingehen. Also du musst in das Ding noch die Leiste reinschrauben. Und dann guckst du genau drei Stück. Und da kommen ja die Schubladen rein. Also have fun. Was ist denn da? So was habe ich schon mal gemacht. Ja, ich weiß ja, das ist immer die Schubladen. Aber sind wir uns sicher, dass die Schubladen für den hier sind? Ja, weil mir das zum Aufmachen... Fährt meiner Türen? Tadaa! So das glaube ich eigentlich auch. Ja, ich glaube, so geht eigentlich auch. Ja, okay, dann behältet ihr einfach den Schrauben drauf. So alles noch verschrauben. Ja, wenn der Mann am besten, wenn das Ding ein Zelt kippen soll. Ja, dann kriegt der schon diese Geo-AT-Stelle an. Ja, das ist eigentlich so lange geil. Und sonst ist einfach auch offen. Ich glaube, da war... Dieser Schrank stand mit einem Herz voll am Brotag. Ja, vermutlich. Okay. Aber wir werden jetzt filmen. Also anders bisher war es voll easy. Ich verstehe jetzt erst mal was zu essen. Ich auch. Ich habe schon... Ich habe schon wieder mit Kohlenwasser auf Melisa-Ratte gestellt. So... Es ist vollkommen, Leute. So, wir enden den Livestream gerade jetzt. Wir müssen noch ein bisschen mehr machen, aber wir müssen noch etwas essen. Das ist ein bisschen mehr zur Arbeit. Und wir sehen uns weiterhin. Wir sehen uns mal wie надо. Und wir sehen uns noch mal alles. Wir sehen uns noch weiter. Wir sehen uns noch mal. Wir sehen uns noch mal.